Hallo ihr Lieben, kann ich mich kurz noch mal melden. Also, das ist jetzt wieder einen Schritt weitergegangen mit der eventuellen Liebeship Datingbörse, ob das jetzt kommt, steht immer noch komplett in Stern, aber ich habe da so ein Gespräch mit so einem Technologiepartner und ich kann es natürlich selber nicht programmieren. Und jetzt sind die Gespräche weitergegangen und das fühlt sich ganz positiv an und jetzt müssen wir so über Verträge reden und was weiß ich. Aber es ist auf jeden Fall schon mal an der Zeit, auch zu überlegen, was würdet ihr denn da so wollen in so einer alternativen Liebeship Datingbörse? Also, was findet ihr gut, weil das wird ja so vom Grund auf neu erstellt quasi. Und darüber wollen wir auf Twitch diskutieren, jetzt heute Abend Mittwoch 20 Uhr, aber sicherlich auch noch öfter, wenn du jetzt heute keine Zeit hast. Und wir haben auch gerade so eine Aktion, dass alle Kurse, die ihr bis Ende Januar kauft, also diese Standardmodule bei mir auf Liebeship, da kriegt ihr automatisch einen Code für die Dating-in-der-Polarität-Kurse. Über 20% kommt ja so ein Coupon-Code, den ihr dann nutzen könnt oder weitergeben könnt an euren Kumpel oder ich weiß nicht was. Wie gesagt, die gibt es, wenn man in der Zeit jetzt einen Kurs kauft und kriegt ihr dann automatisch per Mail. Und genau, dann geht es nächsten Moment ja auch los mit der Selbstgebührschallenge Advanced und dem Ex-Detox-Kurs, auch sehr netter, cooler Kurs. Ja, also ich bin gespannt. Für mich ist es auch absolutes Neuland alles, sag ich mal, mit der Dating-Börse und ja, es ist noch nicht absolut safe, aber es gibt da sehr, sehr ermutigende Gespräche und ich glaube, es ist ein nettes Umfeld, mit dem ich da gerade Kontakt habe. Und ja, ich bin gespannt, dass es so weitergeht. Genau, kommt zu Twitch, unterstütze mich auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube oder auf Twitch, ist das noch viel einfacher. Kann man über das eigene Prime-Abo, weil das ist ja Amazon-Amazon-Twitch, kann man so eine Art Kanalmitgliedschaft machen auf Twitch. Und das kostet mich mal was, weil das über Prime dann läuft. Und alles Weitere dazu, abends, heute Abend. Aber ich stelle hier auch mal den Link, wie man, das wurde so oft gefragt, wie man Twitch mit dem Prime, diesem Prime-Bonus verbindet. Da gibt es von Heise so eine kurze Anleitung, den Link stelle ich mir einfach mal unter das Video, genau. Dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend in diesen ultra-verrückten Zeiten. Alter, was ist das für Zeiten, der ist? Das ist ja wirklich... Ah, ey, echt. Mann, ey, ich dachte, es ist jetzt endlich mal langsam vorbei. Und das wird ja immer... Das wird ja jeden Tag krasser. Oh, naja, egal. Es geht nur um unsere Sachen hier. Das wird ja jeden Tag krasser.